Der wird krass, der Rotner. Ja komm, wir kommen durch diese Karte mit 100 Euro. Wunder Pro, ich schwöre, ich geh auf die Jagd jetzt. Los geht's. Fangen wir mal an, los. Wir fangen an, der Rotner, Mann. Ich hab hier schon meine ersten 4 Euro rausgeholt. Ich hab einen Euro. Besser als nichts. Zu viel mal besser, oder? Digga, ihr habt einen Türken unterstützt. Türken unter 13 Türken. Die können uns doch selber Türken machen. Junge. Herr hat das schlechte gezogen. Heute? Heute. Wo hast du die jetzt her? Getauscht? Junge, was hast du hergegeben? Was hast du hergegeben? Die Comments. Oh mein Gott. Heute. Heute. Egal wie uns. Das war der erste Tag. Wie geht ihr jetzt zur Zollung? Sechs. Wir nutzen dich hier ein paar Karten raus. Ich hab das schon in den Shop. Hier. Schauen wir mal hier durch. Ich schau erst, was man mit 7,4 Euro machen kann. Ohne Witz. Ernst. Du weißt selber. Was willst du denn machen? Aus dem Euro ich komme. Aus dem Euro dann mach ich 5. Aus dem Euro mach ich 5. Was ist denn? Aus dem Euro mach ich 20? Ich gebe jetzt jemanden und kein Mittag. Ich gehe jetzt am Füßteilen. Leider war's. Sorry, sorry, Bro. Keine Ahnung. Bro, du stinkst. Danke, Bro. Kein Problem. 4 Euro. Nein, ich habe 4 Euro. Vielleicht schon irgendwie los. Ich habe aber schon 4 Euro. In 4 Euro kann ich ja was machen. Das ist schon gut. Ich muss kurz sortieren. Jungs, ich habe mit dir hier. Also zwei. Einmal den bekommen. Einmal den. Einmal den. Plus in coming. Ich habe schon gewonnen. Oh mein Gott. Wer könnte den haben? 10 Euro. 10 Euro. Oh mein Gott, ey. Wie mehr gebe ich den Marktpreis an? Alter, Mann. Das ist schon bitter. Jetzt muss ich mich echt anstrengen. Ich kann keine Zeit lassen. Wir sagen da 10 Euro. Wie viel sind das, Mann? Wie viel sind das? 7 Euro. Wie viel sind das? Ja, natürlich. Digga, du willst doch Blue Heist. Wir haben alle 3. Du willst doch Blue Heist. Kauf die ab. Mach den Preis. Ich habe ja alles. Ich brauche den dann. Ich kaufe den nicht von ihm, Mann. Ja, ich kaufe auch nicht von ihm, Mann. Du, mein Partner. Erstmal jetzt die Karten rein tun. Das ist ein geiler Ordner. Ich habe den Altimeter gehabt. Wenn ihr was wollt. Links unter der Beschreibung. Ja, ja. Der Ordner ist unter der Beschreibung, gell? Ich habe nichts unter der Beschreibung gesagt. Digga, digga. Der Ordner ist in der Beschreibung. Aber leider leer. Ohne die Karten, oder? Also wenn ihr was wollt. Ihr könnt auch so was kaufen. Schreibt mir eine Nachricht auf Youtube oder auf Facebook. Die leiten uns weiter. Und ja, man sieht sich dann. Jetzt wird gespielt. Für Comments halt. Das sind ja auch Comments, aber... Oh. Alles total gut. Das muss schon loswerden. Momentan. Ja, sonst ist immer noch der Rest. Jungs, ich habe wieder etwas getradet. Dann haben wir gerne wieder den Ritter bekommen. Zwei Stück weit? Ne, einer. Der Junge muss die Garten haben, der die Liste hat. Du? Nein, der Türke hat nicht die Liste. Aber ja, doch. Sie ist halt scheiße, wir sind halt nicht gespielt. Aber wir kommen schon weg. Sie sind halt noch sehr, sehr weit hinten, man. Sie sind halt scheiße. Ja. Das war schon gut. Das muss man schon sagen. Tja. Aber noch vier Euro. Ja, das sind vier Euro. Kann man schon was machen. Ein Comeback ist doch möglich. Was? Der geht fünf. Fünf, Mann. Wenn du schon so stotterst, gibt dir bestimmt fünf. Nein. Es geht nur darum, wie er sie bekommen hat. Deswegen aber. Wieso? Er hat sie besprochen. Das ist ein Ding. Homme im Glück. Er hat sie im Glück. Und er hat sie so bekommen. Ja? Ja. Du musst natürlich irgendwie weitertauschen. Du spielst einen anderen Standort. Ja. Kann ich sagen. Ich würd's nicht verhindern. Nein. Schau auf TCG nach und hinterher. Ja. Schau, ich unterstütz meinen Feind. Ja. Mein Feind. Du gehörst nichts. Erst mal wieder. Leute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Willen mal liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei. Schaut's beim Fountain in München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht. Yu-Gi-Oh! Serious Business.